Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video haben wir ja schon das Grundwissen abgeschlossen. Das sind ja die Fragen, die du in deiner theoretischen Führerscheinprüfung auf jeden Fall dran bekommst. Heute geht es weiter mit dem Zusatzstoff der Klasse B, also für das Auto. Also sprich, wenn du jetzt den Autoführerschein machst, dann kommen diese Fragen nochmal spezifisch für dich in der Prüfung dran. Machst du den Motorradführerschein oder einen LKW-Führerschein, dann hast du hier andere Fragen. Und wie gesagt, heute geht es nur um das Auto. Und wenn du dir schwer tust, um die Fragen zu lernen, manche verlieren dann auch ein bisschen die Motivation und die Lust, sind eventuell überfordert mit den Fragen. Es sind ja auch wahnsinnig viele Fragen, es sind ja über 1100 Fragen. Dann habe ich extra einen Videokurs dafür gedreht. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Da habe ich die Fragen systematisch aufgebaut und leicht für dich verständlich gemacht. Du brauchst auch nicht 16 Stunden dafür, sondern der Videokurs geht ungefähr drei Stunden. Und da sind die Fragen einfach leicht erklärt und zusammengefasst und komprimiert. So, dann fangen wir heute an mit dem Zusatzstoff. Bin mal gespannt, was da hier so drankommt. Wahrscheinlich sehr viele technische Fragen auch und natürlich Fragen, die sich speziell auf das Auto beziehen. Ich werde mich jetzt versuchen daran zu halten, was ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt. Ich soll euch ja erstmal die Fragen und Antworten vorlesen lassen und dann besprechen wir das Ganze. Ja, also das kannst du immer so ein bisschen vergleichen mit dem Fahrrad. Wenn du in deinem Fahrradreifen zu wenig Luft im Reifen hast, dann fährt das Fahrrad ein bisschen schwammig. Und das kann natürlich dazu führen, bei einem Auto, dass das Ganze ins Schleudern gerät. Klar. Zu geringe Beladung, das ist natürlich Quatsch. Umso weniger das Auto wiegt, desto mehr oder weniger besser ist es. Und defekte Stoßdämpfer. Achtung, Stoßdämpfer sind nicht die Federung. Die Federung dämpft den Schlag ab oder federt den Schlag ab. Und der Stoßdämpfer sorgt dafür, dass die Feder nicht mehr nachschwingt. Wenn dein Auto keine Stoßdämpfer haben würde, dann würdest du da draufsetzen wie auf einem Kamel. Also 1 und 3 sind richtig. Die Antwort in der Mitte ist falsch. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch zu großen Abstand nach vorn. Durch Kurven schneiden. Durch zu spätes Abblenden. Also durch zu großen Abstand ist natürlich Blödsinn. Umso mehr Abstand, desto besser. Kurven schneiden. Damit ist gemeint, dass du, sagen wir mal in einer Linkskurve, ein bisschen vom Gegenverkehr einnimmst. Also ein bisschen von dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Damit schneidest du die Kurve. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Zu spätes Abblenden. Da muss man erstmal wissen, was Abblenden überhaupt bedeutet. Du fährst ja nachts über, wenn es möglich ist, mit Fernlicht. Und sollte jetzt zum Beispiel Gegenverkehr auftauchen, dann würdest du ihn mit dem Fernlicht blenden. Und Abblenden bedeutet einfach nur, dass du das Fernlicht ausschaltest. Und damit das ganz normale Abblendlicht wieder... Also nur das Abblendlicht an ist. Und wenn du das zu spät machst, dann wird der Gegenverkehr natürlich geblendet. Und dadurch kann auch eine Gefährdung entstehen. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch zu großes Spiel in der Lenkung. Durch gestörten Empfang des Verkehrsfunks. Durch eine stark einseitig wirkende Fußbremse. Da muss man schon ein bisschen jetzt Sinn für die Technik haben. Und zwar, in der praktischen Prüfung stellte der Prüfer ja drei technische Fragen. Und da kann er zum Beispiel auch von dir verlangen, dass du das Lenkspiel prüfst. Und das machst du mit angeschaltetem Motor. Da musst du aussteigen, die Fensterscheibe runterlassen. Und dann durch deine Fensterscheibe am Lenkrad so ein bisschen drehen. Und das Lenkspiel ist praktisch die Differenz vom Drehen des Lenkrades bis dass sich die Reifen bewegen. Also wenn du am Lenkrad drehst, dann sollten sich ja eigentlich die Reifen bewegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Zentimeter so am Lenkrad drehst und unten passiert nichts an den Reifen. Dann weißt du, ah ok, du hast ein Zentimeter Lenkspiel. Und ja, ein Zentimeter ist jetzt vielleicht noch nicht so viel. Aber wenn es jetzt dann zwei werden zum Beispiel, dann ist das schon ziemlich heftig. Ich muss mal bedenken, auf der Autobahn der Längste ja wirklich nur ganz, ganz wenig. Und dann auf einmal zwei Zentimeter Längste und es passiert gar nichts. Also das ist sehr gefährlich. Durch, ja, also die zweite Antwort damit ist gemeint, dass das Radio gestört ist. Das ist kompletter Quatsch. Und durch eine einseitig wirkende Fußbremse, also die, ja, die Bremse, die du halt während der Fahrt benutzt. Das ist richtig, denn bedenke mal, ich habe mal ein Video gedreht, ein praktisches Video, da mache ich eine Gefahrenbremsung auf Eis. Und zwar ist da die Straße auf einer Seite vereist, auf der anderen Seite ist sie trocken. Und da, wo die Straße trocken ist, da haben die Reifen natürlich mehr Griffigkeiten. Das Fahrzeug dreht sich dann so ein bisschen in die Richtung. Und so könnte man auch sich das vorstellen, dass wenn die Bremsen nur auf einer Seite richtig stark wirken, dass das Fahrzeug dann, ja, auch in Schleudern geraten kann. Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning Wasserglätte führen? Abgefahrene Reifen. Hohe Geschwindigkeit. Spurrillen in der Fahrbahn. Jetzt musst du erstmal wissen, was Aquaplaning überhaupt ist. Wenn es geregnet hat, dann hast du ja Wasser auf der Fahrbahn. Und Aquaplaning bedeutet, dass sich ein Wasserfilm zwischen Reifen und Fahrbahn bildet. Das Profil im Reifen soll ja dafür sorgen, dass das Wasser zur Seite abgeleitet wird. Und wenn es das nicht mehr kann, aus irgendwelchen Gründen, die besprechen wir gleich, dann hast du dieses Aquaplaning und dein Fahrzeug schwimmt praktisch auf, weil du keinen Kontakt mehr hast zur Fahrbahn. Da ist einfach Wasser. Ja, und bei Aquaplaning, da kannst du nichts machen. Du kannst nicht bremsen, du kannst dich beschleunigen, du kannst dich lenken. Du schwimmst halt praktisch. So, und es gibt drei Faktoren für Aquaplaning. Das ist natürlich einmal der Reifen an sich, also wie viel Profil du noch auf dem Reifen hast. Können wir gleich anklicken. Abgefahrene Reifen heißt, du hast kein Profil mehr oder wenig Profil. Natürlich die Geschwindigkeit, wenn du da sehr schnell drüber fährst, die Wasserpfütze zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass das Fahrzeug aufschwimmt. Und die Wassermenge. Und Wassermenge, ganz klar, in Spuren oder Fahrbahnvertiefungen, da bildet sich ja viel Wasser. Dementsprechend hast du da hohe Wassermengen. Und da sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Tiefe des Profils, Geschwindigkeit und Wassermenge. Wenn es dir was hilft, wie ich die Fragen erkläre, dann lass mir doch bitte ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Warum kann das Überholen hier gefährlich sein? Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist sein kann. Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt. Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann. Okay, wir sind hier anscheinend auf einer Autobahn. Und hier vorne rechts fährt ein Schneepflug. Könnte es sein? Nee, das ist ein LKW. Ist auch egal. Auf jeden Fall, weil die Straße unter dem Schneematsch vereist sein kann. Ja, natürlich. Das wissen wir natürlich nicht. Weil auf dem Überholstreifen noch mehr Schneematsch liegt. Rechts ist die Straße meist besser befahren als links. Rechts müssen ja alle Fahrzeuge fahren. Links ja nur zum Überholen. Und dementsprechend liegt natürlich links auch mehr Schneematsch. Und weil hochgeschleuderte Schneematsch die Sicht behindert. Natürlich, gerade auch hier, wenn du hinter so einem LKW fährst oder hinter einem anderen Auto, wo dir dann den Matsch auf die Schreibe schleudert. Das ist schon echt blöd. Wie müssen sie sich verhalten, wenn ihr Fahrzeug von starkem Seitenwind erfasst wird? Geschwindigkeit herabsetzen. Gegenlenken. Stark beschleunigen. Also da gibt es auch mehrere Fragen dazu, wo dich starker Seitenwind erfassen kann. Und da sind die richtigen Antworten zum Beispiel auf Brücken oder an Waldschneisen oder wenn du einen LKW zum Beispiel überholst. Also überall da, wo der Wind dann gut durchpfeifen kann. Und natürlich ist die Geschwindigkeit zu reduzieren immer die richtige Antwort. Genauso wie gegenlenken. Du musst ja bedenken, der Wind drückt dich dann in eine Richtung und du musst natürlich dann gegenlenken. Beschleunigen, das würde sich ja mit der ersten Antwort widersprechen. Also das kreuzen wir nicht an. Ja, als ob ich es geahnt hätte. Ich habe vorher nicht nachgeschaut. Es war nur geraten. Aber ich kenne die Fragen. Also ich kenne so gut wie alle 1124 Fragen. Ja, es ist alles richtig. Ganz kurz zur Erklärung. In der Waldschneise musst du dir vorstellen, da sind lauter Bäume, also ein Wald. Und auf einmal sind halt keine Bäume mehr da. Und da kann der Wind natürlich besser durch, als wenn da überall Bäume stehen würden. Überholen von einem Lastzug, also sprich ein LKW. Und der LKW schirmt dich ja wie die Bäume im Wald auch ab vor dem Wind. Und wenn du den Lastzug überholt hast, dann hast du ja wieder Angriffsfläche vom Wind. Deswegen auch da und auf Brücken genau das gleiche wie ein Waldschneisen, weil du einfach freier bist. Also der Wind da besser dich angreifen kann. Womit müssen Sie hier rechnen? Genau, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Lastzug. Wir haben hier Wind von rechts. Und wenn wir ihn jetzt überholen, dann haben wir ja hinter dem, also sprich links neben dem LKW, kein Wind oder weniger Wind. Und sobald wir ihn dann überholt haben, bekommen wir auf einmal dann wieder den Wind von rechts zu spüren. Das vor ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden. Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden. Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des LKW nach rechts. Also musst du dir vorstellen, der Wind kommt von rechts, deswegen weht ja diese Fahne nach links, weil von rechts der Wind kommt. Und du steuerst schon die ganze Zeit so ein bisschen nach rechts, also du musst es ja ausgleichen. Das haben wir ja in der Frage davor irgendwo schon gehabt. Das Fahrzeug vor Ihnen kann nach rechts gedrückt werden, das ist natürlich Quatsch. Also der LKW wird nicht nach rechts gedrückt, er wird vom Wind nach links gedrückt. Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden, das ist richtig. Und wenn wir überholen, dann können wir an den LKW herangesogen werden, weil wir ja die ganze Zeit ein bisschen korrigieren, also sprich schon nach rechts lenken. Also 2 und 3 sind hier richtig. Es herrscht starker Seitenwind von rechts. Wann sind Sie beim Überholen besonders gefährdet? Beim Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen. Beim Einfahren in den Windschatten des LKW. Beim Herausfahren aus dem Windschatten des LKW. Also, wir sind besonders gefährdet natürlich, wenn wir neben den LKW sind, haben wir ja schon gesagt. Das nennt man Windschatten, also wenn er uns vom Wind schützt. Beim Herausfahren aus dem Windschatten natürlich auch. Da zieht es uns ja dann praktisch wieder in die Richtung, in die wir die ganze Zeit gelenkt haben. Beim Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen. Bei dem Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen. Naja, da sind wir ja praktisch aus dem Windschatten schon wieder draußen. Beim Herausfahren aus dem Windschatten. Bei dem Fahrstreifenwechsel. Also beim Fahrstreifenwechsel selber eigentlich nicht. Ne, da sind wir schon aus dem Windschatten wieder raus. Also hier nur 2 und 3 sind richtig. Natürlich hier sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Bremsweg klar. Sicht ähnlich wie bei dem Schnee natürlich auch. Du hast dann natürlich Wasser auf der Scheibe. Ist ja blöd. Und Aquaplaning haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Was beeinträchtigt hier die Verkehrssicherheit? Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn. Die schlechte Sicht. Das Abländlicht des Gegenverkehrs. Also Abländlicht des Gegenverkehrs sehen wir hier nicht. Dementsprechend 1 und 2. Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? Zu Schleuder- und Rutschgefahr? Zu längerem Reaktionsweg? Zu veränderten Reifengeräuschen? Also pass auf. Schleuder- und Rutschgefahr natürlich, wenn sich der Fahrbahnbelag ändert. Veränderungen der Reifengeräusche, das auch. Du merkst zum Beispiel, wenn du auf Schnee fährst, wenn du auf Kopfsteinpflaster fährst, auf neuem Asphalt, auf altem Asphalt, auf rauen Straßen, auf glatten Straßen. Das hörst du. Zur längeren Reaktionszeit ist natürlich... Reaktionsweg ist natürlich Quatsch. Denn der Reaktionsweg, der hängt ja von dir ab. Also von deiner Reaktionszeit auch. Und das hat nichts mit der Fahrbahn zu tun. Also wenn da Bremsweg stehen würde, dann ja. Ja, aber Reaktionsweg ist ja was ganz anderes als Bremsweg. Da gibt es ja auch verschiedene Formeln von den ganzen... Ja, verschiedene Formeln, die du brauchst für die Prüfung. Die sind natürlich auch alle im Videokurs erklärt. Also natürlich überall da, wo es Vertiefungen auf der Fahrbahn gibt. Also sprich in Fahrrillen, in Spurrillen oder in Fahrbahnabsenkungen. Auf einem Bahnübergang eher weniger, denn der Bahnübergang ist meistens etwas erhaben. Also den Bahnübergang kreuzen wir nicht an. Genau, das haben wir ja gerade eben schon gesagt. Lenken, Bremsen, alles funktioniert nicht mehr. Dann die erste Antwort, das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen. Natürlich, klar. In der Kurve zum Beispiel, du schwimmst einfach geradeaus weiter. Lenkst zwar, aber es bringt ja einfach nichts. Dann die zweite Antwortmöglichkeit, die Lenkung wird schwergängiger. Nein, also die wird eventuell sogar ein bisschen leichter. Aber das merkst du wahrscheinlich auch gar nicht. Nee, das hat nichts damit zu tun. Das ist rein erfunden. Worauf müssen sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen? Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn. Auf einen kürzeren Bremsweg. Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer. Ja, also die Schmierschicht, die ist dann vorhanden. Das ist richtig. Auf einen kürzeren Bremsweg ist natürlich Quatsch. Der Bremsweg wird dadurch natürlich länger. Auf eine schlechtere Sicht nach Einschalten der Scheibenwischer. Das ist auch richtig. Denn wenn die Scheibenwischer lange nichts zu tun gehabt haben, dann bildet sich da auch eine Schmierschicht drauf. Und dann sieht man die erste Zeit etwas schlechter. Ja, also ähnlich wie in der Frage davor. Alles, was mit Schmieren zu tun hat, ist richtig. Antwort 1 ist Quatsch. Sie fahren außerorts bei dichtem Nebel auf einer Bundesstraße. Dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig über der Leitlinie fahren? Nein, du darfst halt nie so einfach drüber fahren. Ja, weil man weniger in Gefahr gerät, von der Fahrbahn abzukommen. Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann. Ja, wenn Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte eingeschaltet sind. Ja, also Quatsch. Antwort 2 ist richtig, alles andere ist Blödsinn. Was müssen Sie am Tage bei einer plötzlich auftretenden Nebelbank tun? Abblendlicht einschalten. Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen. Nur Standlicht einschalten. Also ganz klar, mit Standlicht wird nie gefahren. Dementsprechend Abblendlicht ist immer gut. Und Geschwindigkeit anpassen ebenso. Wie können Sie ausreichende Sicht durch die Frontscheibe erhalten? Bei innen beschlagener Scheibe Lüftung ausschalten und Fenster geschlossen halten. Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten. Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern. So, bleiben wir gleich bei der letzten und richtigen Antwort. Alles andere ist natürlich... Was, bei Nebel? Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten. Wie können Sie ausreichende Sicht durch die Frontscheibe erhalten? Naja, okay. Ja, habe ich mich da jetzt vertan? Naja, Nebel. Okay, wenn der Nebel... Ja, Scheibenwischer. Ja gut, Nebel ist ja eigentlich nichts anderes als Wasser. Und wenn sich Wasser... Ja, könnte sich schon auf der Scheibe dann bilden. Und dann... Ja, okay. Naja, okay. Situationsbedingt, ja. Okay, also 2 und 3 sind richtig. Ganz kurz zur letzten Antwort. Das habe ich mal in der Prüfung gehabt. Und zwar sind wir hinter einem Lkw auf der Autobahn hergefahren im Winter. Und es hat nicht geschneit, nicht geregnet, gar nichts. Aber der Lkw hat uns halt permanent Schneematsch auf die Scheibe geschmissen. Und meine damalige Fahrstuhlerin hat einfach immer den Scheibenwischer bedient. Und die Scheibe ist natürlich total verschmiert gewesen, weil der Dreck auf der Scheibe durch die Scheibenwischer einfach nur noch weiter aufgetragen worden ist. Und da ist es natürlich sehr empfehlenswert, dass man die Scheibe auch mal reinigt, also die Wischfunktion nutzt, oder die Reinigungsfunktion nutzt. Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Fußgänger auf Ihrer Seite. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden? Beschleunigen, um möglichst schnell aus dem Bereich der Blendung herauszukommen. Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten. Aufblenden und mit unvermindeter Geschwindigkeit weiterfahren. Ja, also natürlich passiv einstellen, Geschwindigkeit anpassen und notfalls anhalten ist hier die richtige Antwortmöglichkeit. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn im Fernlicht plötzlich Wild auftaucht? Mit Fernlicht unverändert weiterfahren. Sofort abblenden. Hupen und bremsen. So, sowas haben wir auch noch nicht gehabt. Und zwar, wenn Wild auftaucht und du hast das Fernlicht angeschaltet, dann schauen die in diesen Lichtkegel und sind ganz hypnotisiert davon. Und damit sie das nicht sind, tust du sofort das Fernlicht ausschalten, also abblenden. Und natürlich die Hupe betätigen und bremsen. Denn das ist eine Gefahrensituation. Und dann dürfen wir natürlich auch die Hupe verwenden. Bei Dunkelheit blendet ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht ab. Was können Sie tun, um noch einigermaßen sehen zu können? Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen. Auch Fernlicht einschalten. Sonnenblende herunterklappen. Bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf einer Landstraße Fahrzeuge mit Abblendlicht entgegen. Was müssen Sie berücksichtigen? Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht. Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden. Durch Einschalten von Fernlicht können Sie eine Blendung vermeiden. Also Eins und Zwei sind richtig. Wenn ich mein Fernlicht anschalte, dann blende ich die anderen. Aber selber kann ich natürlich nicht besser sehen. Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben? Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. Also das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. Das ist richtig. Wenn du auf der Autobahn fährst, die ganze Zeit 130, 150. Und dann fährst du irgendwann von der Autobahn runter. Dann denkst du, du fährst in der 30er Zone oder sowas. Also du glaubst, du stehst. Und dann schaust du auf den Tag und hast du noch 80 kmh drauf oder sowas. Da musst du echt aufpassen. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Das ist auch richtig. Übrigens auch, wenn du zu viele Fragen am Tag machst. Also wenn du da jeden Tag 100 Fragen durchballerst, dann nimmt deine Konzentrationsfähigkeit auch ab. Das würde ich dir nicht empfehlen. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. Ja, das ist so eine Sache. Das werden wir jetzt einfach mal nicht ankreuzen. Ja, genau. Also nur 1 und 3. Wozu kann langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit führen? Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. Es wird zu dicht aufgefahren. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. Und das Gefühl für den Abstand eventuell auch. Also 2 und 3 kreuzen wir an. Und 1 lassen wir frei. Wann besteht die Gefahr, dass die eigene Geschwindigkeit unterschätzt wird? Wenn die Randbebauung der Straße ständig wechselt? Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist? Wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit gefahren ist? So, genau, habe ich ja gerade eben gesagt. Wenn du lange Zeit mit hoher Geschwindigkeit gefahren bist, dann kann es sein, dass du einfach nicht mehr das Gefühl für die Geschwindigkeit hast. Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist, das ist auch richtig. Denn umso breiter die Straße, deswegen sind ja auch die deutschen Autobahnen, da kannst du ja so schnell fahren, wie du möchtest. Und aus dem Grund, die Straßen sind einfach unglaublich breit. Das lassen sie halt einfach zu. So, Nummer 1. Wenn die Randbebauung der Straße ständig wechselt. Hier war die Frage nochmal. Wann besteht die Gefahr, dass die eigene Geschwindigkeit unterschätzt wird? Wenn sie ständig wechselt. Und, ja, ich glaube, diese Antwort war auch richtig. Da, nee, war nicht richtig. Okay, ja, mir war so, als ob ich mir die irgendwie mal gemerkt hätte, weil ich konnte mir jetzt auch nichts wirklich was darunter vorstellen. Was soll das denn sein, wenn die Randbebauung immer wechselt? Na gut. Ja, eher, wenn sie gleichbleibend ist. Wenn die Randbebauung gleichbleibend ist oder keine Randbebauung da ist. Naja. Okay. Also 2 und 3. Was kann zu einer gefährlichen Unterschätzung der eigenen Geschwindigkeit führen? Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße. Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit. Starkes Motoren- und Reifengeräusch. Genau, das haben wir gerade gehabt. Fahren auf einer breiten Straße. Langes Fahren mit hoher Geschwindigkeit. Haben wir auch gehabt auf der Autobahn. Und starkes Motoren- und Reifengeräusch eher weniger. Denn das suggeriert dir ja, dass du sehr schnell unterwegs bist. Und wenn du das nicht hörst, dann, also wenn das Auto sehr leise ist, dann könnte man meinen, du fährst sehr langsam. Also lauter Autos hören sich einfach schneller an. Wie müssen sie sich verhalten? Hier geht es höchstwahrscheinlich um das Gefahrenzeichen mit den zwei Kindern drauf. Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte. Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können. Die allgemein höchst zulässige Geschwindigkeit ausnutzen, weil keine konkrete Gefahr erkennbar ist. Also ganz klar, eins und zwei, Nummer drei ist natürlich Blödsinn. Warum kann es gefährlich sein, wenn sie als letzter einer Kolonne sofort überholen, nachdem der Gegenverkehr gerade abgerissen ist? Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann. Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte. Weil sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren. Also stell dir vor, du fährst hinter einem LKW und vor dir fahren noch fünf andere Fahrzeuge. Und du möchtest jetzt alle fünf Fahrzeuge und den LKW überholen. Und wenn du dir das vorstellst, dann kannst du dir auch vorstellen, dass hier alle Antwortmöglichkeiten richtig sind. Dürfen Sie auf dieser Autobahn den schwarzen Pkw rechts überholen? Du darfst grundsätzlich nie außerorts rechts überholen. Ja, wenn sie dabei nicht schneller als 80 Kilometer pro Stunde fahren. Ja, weil zum Überholen ausreichend Platz ist. Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist. Ja, also nein. Und in der Antwort steht es auch drinnen, wenn in der linken Fahrzeuge, äh in den linken Schlangen, in den linken Fahrstreifen jetzt eine Fahrzeugschlange, also sprich ganz, ganz viele Autos fahren würden, dann dürfte ich auch rechts schneller fahren als links, sprich rechts überholen. Das ist hier aber nicht der Fall. Also normalerweise nicht. Die Pkw fahren mit etwa 30 Kilometer pro Stunde. Dürfen Sie beide noch vor der Kurve überholen? Nein, weil die unterbrochene Linie nicht überfahren werden darf. Nein, weil ihr Überholweg zu lang würde. Nein, weil der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte. Ja, also, ähm, die Linie darf natürlich überfahren werden, die gestrichelte, die durchgezogene nicht. Der Überholweg ist zu lang, ganz klar. Der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte. Ja, klar könnte er das, würde ich jetzt mal behaupten. Also, zwei und drei sind richtig. Womit müssen Sie auf diesem Autobahnparkplatz rechnen? Boah, da musst du richtig aufpassen. Das ist mir schon mal passiert, ganz, ganz früh, als ich den Führerschein neu hatte. Von der Autobahn runter auf den Parkplatz. Das war im Winter, auch mit Kopfsteinpflaster. Und ich fahre von der Autobahn runter mit, ich weiß nicht, 100 oder 80, drücke auf die Bremse. Und ich denke mir, also, die Bremse ist kaputt. Das Auto bremst einfach nicht. Und es rutscht und rutscht und rutscht. Also, in Verbindung Kälte und die Kopfsteinpflaster. In dem Fall hast du Regen und Kopfsteinpflaster. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber schon ziemlich rutschig. Wahnsinn. Also, als wäre die Bremse kaputt. Mit Rutschgefahr beim Bremsen. Das kannst du gleich anklicken, auf jeden Fall. Mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Personen. Mit Gegenverkehr. Also Personen natürlich, Parkplatz, Gegenverkehr eher weniger. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen? Den Vorausfahrenden durch Hupen darauf hinweisen, dass er so kurz vor der Kreuzung nicht den Fahrstreifen wechseln darf. Abbremsen und dem Vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen. Die anderen Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die Ampel grün zeigt. Ja, also natürlich zweite Antwortmöglichkeit und dann ist alles gut. Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich? Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt. Wenn du ein bisschen weiter vorausschaust, dann siehst du, dass der rechte Fahrstreifen gleich endet, beziehungsweise diese Seitenstreifen. Und da musst du natürlich davon ausgehen, dass der Traktor dann gleich links rüber zieht. Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt. Wenn der Zug links blinkt, Lichthupe betätigen und zügig vorbeifahren. Also eins, zwei richtig, drei ist natürlich Blödsinn. Wann kann ein schnellfahrender Pkw auf trockener, gerader Straße seitwärts ausbrechen? Wenn er plötzlich von starkem Seitenwind erfasst wird? Wenn plötzlich Gegenwind auftritt? Wenn ein Reifen platzt? Also Seitenwind haben wir gerade gehabt. Gegenwind eher nicht. Wenn der Wind von vorne kommt, dann bremst er dich eventuell ab. Aber deswegen bricht das Fahrzeug jetzt nicht seitlich aus. Wenn ein Reifen platzt, eher schon. Denn da hast du dann eine einseitige, wie sagt man, ja, das Fahrzeug bremst sich ja auf einer Seite dann so ein bisschen ab. Und dadurch kannst du ja dann, ja, es zieht in die Richtung. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was ich sagen wollte. Mehr Widerstand. Du hast mehr Widerstand. Wenn der Reifen zum Beispiel rechts platzt, dann hast du rechts mehr Widerstand als links. Und deswegen dreht sich das Auto dann eventuell nach rechts. Was erleichtert das Fahren im Kolonnenverkehr? Also wie gesagt, Kolonne ist einfach mehrere Autos hintereinander. Das beobachten der Kolonne durch die Scheiben der Vorausfahrenden. Ja, das ist gut. Kannst du da gleich anklicken. Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen. Fahren mit ständig eingeschaltetem Warnblinklicht. Also leicht versetztes Fahren, dass du an den anderen vorbeischauen kannst. Perfekt. Warnblinklicht natürlich nicht. Warnblinklicht brauchst du ja nur, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Und das machst du nicht während der Fahrt so an. Also so, normalerweise nicht. Zum Abschleppen okay, aber sonst so nicht. Gut, das waren 36 Fragen. Ich glaube, das Video ist ein bisschen lang geworden. Ich habe ziemlich viel erklärt am Anfang. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat und wenn es dir geholfen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen. Und wie gesagt, in der nächsten Zeit sollte dann demnächst bald das Hörbuch der Klasse B herauskommen, wo dann alle Theoriefragen vorgelesen werden und die richtigen Antworten dazu. Okay, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.